Wir gehen in die 6. Klasse des Colleges Paläluar in Venetia. Wir lernen Deutsch am Colleges Paläluar. Wir stellen euch unsere Schule vor. Wir haben am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag Schule. Wir haben am Mittwoch, Nachmittag frei. Wir essen um 12 Uhr. Das ist unsere Schulleiter. Sie heißt Herr Sabé. Guten Tag, die Schüler. Guten Tag. Das ist Herr Zouaoui. Das ist auch unsere Schulleiter. Guten Tag, Sarah Tari. Guten Tag. Sie heißt Frau Rich. Das ist unsere Sekretärin. Guten Tag. Das ist meine französische Schulleiterin. Sie heißt Frau Rössinow. Das ist meine Lieblingslehrerin. Hallo. Das ist meine französische Lehrerin, Herr Möhr. Das ist meine Mathematiklehrerin. Sie heißt Frau Böhr. Guten Tag. Das ist meine französische Lehrerin. Er heißt Herr Rössinow. Das ist Frau Rössinow. Das ist meine Engelslehrerin. Guten Tag. Das ist meine Deutschlehrerin, Herr Bössinow. Das ist meine Musiklehrerin. Sie heißt Frau Jair Jair. Guten Tag. Das ist meine Biologielehrerin. Und das ist Frau Isolo. Guten Tag. Das ist Frau Rössinow. Das ist unsere Sportführerin. Das ist unser Klassenzimmer. Hier lernen wir. Das ist unser Kunstraum. Hier malen wir. Das ist unsere Bibliothek. Hier lesen wir. Das ist unser Mensa. Hier essen wir. Das ist der Informatikraum. Hier arbeiten wir am Computer. Hier machen wir. Hier machen wir. Die pausen. Und wir machen Sport. Das ist der Fußballspaz. Wir spielen Fußball. Musik. Vielen Dank.